ok ok das war ja ok jetzt gehen auf server und jetzt genau und immer das friendly feier heißt ich kann jetzt zeig ich selber nacht genau nehmen wir das genau jetzt habe ich die ich spawn jetzt aber an dem punkt scheiße ja doch ok jetzt habe ich nämlich genau hier mehr er ja ich habe so gemacht ja klar das darf ja nicht fehlen akashimov fans it up can buy a red anytime her so und jetzt habe ich auf meine Kameraden geschossen genau hier kann ich ja das standard gewehr warte ich habe die 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 das in ganzes Spielfeld überblicken Lass noch einer rum und den möchte ich gerne kriegen genau hier sind meine zwei Waffen so das war jetzt mal so jetzt kämpfe ich mal gegen meine eigene Mitspieler da ist ein bisschen geil ach ja was ich auch noch zeigen wollte ist das Space Mod jetzt guckt dann schweben da schweben die die ganzen Leute wenn ich sie zum Beispiel abknarren ja wenn ich sie eliminiere Ok du 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 da genau Untertitelung des ZDF für funk, 2017